I wish you had my imagination Ich möchte eine Kontinuität drin haben Und naja In Anführungsstrichen leider Gibt es aktuell ziemlich viel Kommt zu uns Sachen Was alles Neues rauskommt und so weiter Also wir hatten erst Horror Furious Video Dann hatten wir jetzt das RTA Video Über das mit dem neuen Runen Upgraden Was es jetzt gibt mit diesem Plus 15 System und so weiter Da habe ich nichts gemacht Weil ich finde es zwar mega hammer geil Ich habe mir das schon seit Jahren gewünscht Und jetzt ist es endlich da Aber ich finde es war kein YouTube Video wert Aber was anscheinend Wird mir hier gerade on Stream im Chat gesagt Ein YouTube Video wert ist Sind die neuen Balancing Patches Und ja Normal mache ich dazu meistens keine Videos Aber in dem Fall haben sie gemeint Ich sollte eins machen Ich weiß noch nicht was es ist Deswegen schauen wir mal Was an Balancing Patch Uns geboten wird Der nächste Balancing Patch Was wird da passieren Sky Dancer Light wurde ein bisschen genervt Das freut mich sehr Das freut mich sehr Ist das groß genug? Kann man das gescheit sehen? Vielleicht machen wir einen Single Mode Und da ist das Bild ein bisschen größer Machen wir mal das Layout hier Ähm Ja Muss ich sagen Finde ich sehr nice Und mich wundert es vor allem Dass Comptors endlich mal was Gegen Light in Darknet 5 macht Normalerweise lassen die das untouched Ähm Aber Das ist wirklich mal ein Balancing Patch Wo ich sage Ja Die richtigen Hardcore Monster Bekommen mal einen kleinen Nerf Ich sehe hier auch schon Panda Warrior Light Und so Ich sehe Dark Knight Ich bin sehr gespannt Was noch so kommt Also auf jeden Fall Das erste mit den Cooler Reduce Ähm Finde ich Sehr nice Sky Äh Dancer Light Owner Bestimmt nicht Aber das ist bestimmt immer so bei einem Nerf Ich finde es ziemlich nice Und auch gerechtfertigt Weil ich finde schon Light in Darknet ist echt krass Also Das ist echt übertrieben Dann die nächste Passive Oder nächste Balancing Patch Ist von Ragdoll Und das wurde ja im letzten Patch Schon aus Versehen gemacht Also aus Versehen Äh Meine ich damit Dass die Passive bereits Genervt worden ist Vor ca. einer Woche Mit einem anderen Patch Zusammen Es aber nicht drin geschrieben War Und da wieder rückgängig gemacht wurde Jetzt kommt trotzdem jetzt Der offizielle Nerf Von der Rektor Passive Von 20 auf 15% Ich muss gestehen Es ändert nicht so viel Finde ich Also ich finde Er ist immer noch Hammermäßig Aber ich finde jetzt 5% Muss ich jetzt sagen Finde ich jetzt nicht So ein Hammermäßiges Ding Dass man irgendwie sagen könnte Oh Rektor ist jetzt so krass Viel schlechter als vorher Finde ich ehrlich gesagt nicht Ich finde es gut Dass er generft wird Keine Frage Ähm Aber ich finde es jetzt nicht so Ausschlaggebend Was haben wir hier Desert Queen Wind Delayed Promes Muss ich überlegen Weil ich keine 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 Hether habe Ist das der zweite Oder der dritte Welche Fähigkeit Ist das von der Ich glaube Ich glaube die zweite Die dritte Der dritte Okay Ähm Effekt Modification Decreases die Attack Bar Of all allies By 75% Resets the Attack Bar Of the enemy Target Increased the Attack Bar Heißt jetzt Heißt jetzt der Sleep ist weg Verstehst du das richtig Sie kann jetzt nicht mehr AOE sleepen Sondern sie macht ein AOE Attack Bar Reduce Ähm Und das Und das Target Was die Fähigkeit abbekommt Wird nochmal Reduziert Ne Resets the Attack Bar Of the enemy Target Achso also Auf null Und decreases the Attack Bar Of the other Allies Also nochmal 30% Hä Ich verstehe es nicht Also es ist kein Sleep mehr Sondern es ist praktisch Ein Ein AOE Attack Bar Reduce Oder wie verstehe ich das gerade Oder war das mit dem Attack Bar Reduce vorher schon Ich habe mir die Fähigkeiten von Von ihr damals gar nicht Gescheit durchgelesen Ob sie Ob sie Sleept Und es noch hat Ob das jetzt on top ist Muss ich gerade selber mal Nachgucken Weil ich die selber Nicht habe Ich habe niemals gemerkt Dass da irgendwie Attack Bar Reduce auch noch Drin war oder so Wo ist denn die Gute Ähm Hier Wow das wusste ich gar nicht Dass das Attack Bar Reduce macht Und Sleep Ich dachte es war immer nur Ähm Der Sleep Wow Okay Ich bin jetzt einfach irritiert Ähm Ah jetzt verstehe ich Was damit gemeint ist Vorher war das mit den Degrees Und jetzt ist es mit dem Reset Ich dachte irgendwie Das kommt noch dazu Wegen dem Pfeil Und nicht ersetzt wird Oder so Jetzt verstehe ich es Okay das heißt Der Sleep bleibt Der Attack Bar Ist so gesehen Genervt Je nachdem wie man es sieht Ich meine das Target was Wo die Fähigkeit hingeht Bekommt den kompletten Reset Und die anderen nur um 30% Statt 75% Ich finde es jetzt nicht So einen krassen Nerf Muss ich sagen Also Für mich Der das gar nicht gewusst hat Ehrlich gesagt Dass es Attack Bar Reduce macht Und immer nur den Sleep Gesehen hat Der ja schon OP genug war Finde ich Ist es jetzt nicht wirklich Ein harter Nerf Äh Ich meine okay Von 45% Attack Bar Reduce Ja Aber dafür Gibt es auf dem Main Target Einen kompletten Reset von 100% Also Weiß nicht Ich muss gestehen Ich Finde nicht Dass es notwendig war Da jetzt irgendwas zu machen Ich finde Tether So oder so Echt super Ich finde Sie wird jetzt nicht Irgendwie dadurch schlechter Ehrlich gesagt Ähm Also Das ist meine Meinung dazu Dann Panda Warrior Water and Light Oh mein Gott Endlich kommt da was Was haben wir hier Each Strike Has a 15% To remove beneficial effects And stun Okay Was ist neu The third attack Removes beneficial effects And stuns them For one turn With a 25% chance Okay Das Ding ist Hier steht jetzt Keine Prozentzahl drin Das heißt Der Strip Ist jetzt zu 100% Aber Kann resisted werden Ähm So deute ich das jetzt Und der Stun ist zu 25% Während hingegen Vorher Die Chance Vom Strip Immer pro Hit 15% war Und Gestunt hat Es sei denn Es resisted Also haben die Das jetzt praktisch Geswitcht Der Stun hat weniger Chance Und der Strip Ist höher Ähm Ich will überlegen Was ich davon halte Ob das jetzt wirklich Ein Nerf ist Oder nicht Ähm Ich empfinde es Auf jeden Fall Als Nerf Weil gefühlt Waren die 15% Eh 100% Ähm Und die Stun Chance Ist dadurch Erheblich Minimiert Und ich find's Echt krass Dass endlich mal Was gegen Molon gemacht wurde Also dieses Monster Ist absolut Retarded Ohne Witz Ich weiß nicht Wieso das so lange Nicht geändert Worden ist Ähm Und Ich find das Sehr gut Es macht jetzt Nicht mehr Laune Für mich RTA zu spielen Aber dennoch Finde ich Das kommt Was da Einen richtigen Weg angeht Dass da endlich Mal was getan Wird dagegen Und Ich hab lange Überlegt Was könnte man Da machen Dass das trotzdem Noch spielbar ist Aber nicht so Krass genervt Wirst Und ich find Diese Sache Die sie hier haben Ist eigentlich Ganz gut Muss ich gestehen Das gefällt mir Ja Find ich gut Was haben wir noch Weiter Panda Warrior Fire Inflict Damage Increased Approx by 14% Okay Fire Panda Macht ein bisschen Mehr Damage Okay Ist jetzt nicht So krass Ausschlaggebend Was haben wir noch Panda Warrior Dark Ähm Die Passive Wurde gechanged Vorher war es Greift alle an Macht ein Attack Power Reduce Für zwei Züge Und macht ein Shield Auf sich selber Was 20% Von dem Schaden Ist für drei Züge Ähm Und der Damage Von Ich glaub Sequel Ähm Äh Ich glaub Die Fähigkeit Ist die erste Fähigkeit Wurde um 50% Erhöht Wenn diese Fähigkeit Auf coolen ist Okay Was geht es jetzt Äh Der Incoming Damage Wird bei 35% Reduziert Und erhöht Den Schaden Um 50% Wenn der Gegner Weniger Attack Power hat Als man selbst 30% Vom Schaden Wird Geheilt Ähm Wenn er Wenn er Drankommt Mal schreiben Schreiben Wie ihr Das findet Ich find's Gut Weil ich Muss gestehen Ich fand den Dafür dass es ein Light in Darknet 5 ist Schon Ein bisschen Schwächer Als sehr viel Andere Monster Muss ich gestehen Ähm Von daher Find ich's Gar nicht mal Schlecht Dass da jetzt Was Neues Gemacht worden ist Ähm Ist es zu stark Hm Geht so Geht so Eigentlich ist es schon Reaktiv heftig Muss ich gestehen Also 50% Mehr Schaden Äh Und dann noch Die Die 30 Ähm Prozent Heilung Ähm Also vom Damage Und dann noch Den Damage Reduce Auch noch mit rein Plus das Monster Ist wahrscheinlich Eh schon von Haus Aus tanky Wie alle Pandas Es geht Ich find's gut Dass da was Gemacht worden ist Ehrlich gesagt Dann Oh mein Gott Deppness Bekommt was Was haben wir hier Fairy Kings Oh nein Was ist mit Was ist mit Meinen Psam Was habt ihr getan Oh mein Gott Das ist echt scheiße Also vor allem Für meinen Psameth Ähm Da muss ich sagen Das ist schon Ziemlich kacke Muss ich gestehen Also Ich weiß gar nicht Was ich davon halten soll Ob das jetzt Nicht weil ich das Monster jetzt habe Sondern generell Ähm Hm Finde ich ehrlich gesagt Bisschen blöd Also Das starke am Fairy King War ja unter anderem Auch Dass man dann Gegebenenfalls Als wenn man mit Nellusion Offensive Da nicht alles Gecleart hat Zum Beispiel Dennoch mit Megan natürlich Den Beneficial Effekt blockert Ähm Aber eben auch Mit Mit Psameth Den Strip Den Strip noch hat Oder den Strip Gegen Rakhans Oder so weiter Also Das empfinde ich Schon als Als schon Nennenswerten Nerf Auf jeden Fall Zumindest für Psameth Gedacht Auch für Gany Muss ich gestehen Der zum Beispiel Mit der ersten Fähigkeit Will Strip Valenprog bekommt Und dann Ne Reset macht Das ist schon Ist schon heftig Muss ich gestehen Also Vor allem auch noch Für Gany Der ja eh schon Seit längerer Zeit Ne Nerf Bekommen hat Jetzt nochmal In der Hinsicht Hm Weiß ja nicht Ob das so Notwendig ist Also Finde ich schon Krass die Auswirkungen Wenn man es erstmal So liest Ist es vielleicht Nicht so krass Aber wenn man sich Dann Gedanken macht Was die Monster Sonst noch so können Und wo sie Einsatzorte haben Und so Ist es schon Muss ich mich auch Erstmal selber umstellen Dass Gany Und beim Psameth Nicht mehr strippen Können Wenn ich gegen irgendwelche Kombi spiele Das ist echt Kacke Muss ich sagen Also Hm Naja Wie geht es denn weiter Hier der gute Deppness Der hat endlich Was bekommen Anscheinend Die HP von sich selber Und vom Enemy Target Werden 30% Reduziert Und zusätzlich Wird die HP Von 15% Ähm Decreased Wenn es ein Boss ist Inflicts Inflicts great damage To your target And creates a sheer 30% To inflict the damage Okay Also war so gesehen Gegen Gegen Bosse Ähm Ne Quatsch Ne Quatsch 15% sind Wenn es gegen Bosse Sind nicht on top Dazu Oder So ist es gemeint Ähm Okay Inflicts great damage Inflicts great damage When your targeting Creates a shield That's 50% Okay Hm Also so gesehen Also so gesehen Das shield wurde erhöht Und es ist jetzt In den Strip Noch integriert Ähm Ich muss gestehen Dennoch ist es jetzt Nicht so krass Ich hab mir jetzt Echt was Was anderes erwartet Ähm Dafür dass in der Community des Monster Äh So gehypt wird Das schlechteste Net 5 Was es gibt Ähm Auch wenn ich es Vorher auch gar nicht Mal jetzt so krass Schlecht gefunden habe Ehrlich gesagt Also klar Im Vergleich zu anderen Auf jeden Fall Aber ich würde jetzt Nicht sagen Dass Deppness Kompletter Rip ist Ähm Deswegen finde ich Den Buff gut Ähm Das heißt Single target strip Mit dem behörten Shield Das ist eigentlich Das neue Okay Ja Ist es besser Ich finde dennoch Ob es jetzt wirklich Hammermäßig ist Bin ich noch nicht Ganz sicher Aber Die 50% Ähm Sind auch noch ganz nice On top Vom Shield dazu Also mal gucken Dann Boah wie viele Sachen sind das Ey Holy Moves Das Video dauert ewig Bestimmt Aber wir gehen alles Detailreich durch Ich will das nicht Im Schnelldurchschrift machen Nur vorlesen und fertig Sondern ich will auch Meine Meinung dazu sagen Und was das für Auswirkungen Wo haben könnte Dark Fairy King Decreases the chances Of the allies Being granted With harmful effects By 20 Jetzt 30% Okay Ich muss sagen Der Dark Fairy King War vorher Jetzt auch nicht so Krass pickelnd Vor allem nicht für Ein Light in Darknet 5 Jetzt ist die Chance Von der Passive Von 10% erhöht Okay Ich finde dennoch Jetzt nicht so Insane mäßig gut Auch wenn jetzt 10% mehr ist Aber ich finde es gut Dass sie daran ein bisschen Arbeiten Dass die Die wirklich im Vergleich Zu anderen Net 5s Echt sehr viel Schwächer sind Da was gemacht wird Paladin Wind Und Paladin Light Justice Strike Das müsste die erste Fähigkeit sein Von Wind Decreases the attack By 35% Ist gleich 100% Chance Okay Das ist nicht schlecht Paladin Light Recreases the HP When you attack Oh Oh Das bedeutet Oh Das bedeutet Dass die Heilung Von der ersten Fähigkeit Von Jean Jetzt nicht mehr heilt Wenn Wenn sie die Wenn sie einen Revenge Attack macht Sehe ich das richtig Wenn ja Das ist in der Tat Ein Nerf Auf jeden Fall Wenn das so ist Wie ich Wie ich Wenn ich das so fällt Wie ich das gerade gesagt habe Das heißt Man hat sie eigentlich Nur noch auf Revenge Wegen Wegen dem Stun Vielleicht Oder so Justice Strike Müsste die Die zweite Fähigkeit Sein Ja genau Schreibt ihr Ja okay Hm Müsste man überlegen Ob sich da auch Bildtechnisch was ändert Ich hab meine Auf Wind Revenge Zum Beispiel Ob sich dann Revenge Nur wegen der Stun Chance Da noch wirklich lohnt Muss mal gucken Ob sich da vielleicht Den Bild ändert Aber So gesehen Schon Nen Nerf Auf jeden Fall Müsste man mal gucken Bin noch nicht ganz Hier was ich davon halte Ähm Ich finde Es ist angebracht Also Jean sieht man Vor allem im G2 G3 Siege Wirklich All day long Und ist echt gut Auch das Monster Muss ich sagen Ähm Und jetzt Ist es so gesehen Ein bisschen schwächer Weil es Mit dem Zeug Weg ist Kurze Frage Ich kann keine Fragen machen Ich mach ein YouTube Video Deswegen sorry Müsst ihr ein bisschen Warten Ähm Von daher Finde ich es eigentlich Gut Auch wenn ich sie Jetzt selber habe Und endlich mal Mit der durchstarten Wollte Aber Es geht ja nicht Darum Was man selber hat Sondern es geht darum Was für das Game Gut ist Was gebalanced ist Und ich finde Das ist gut Dass da was Was gemacht worden Ist Vor allem ist es Nur der Adventure Attack Es ist ja nur Das 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 zweier Set Von daher Gehen wir weiter zu Hell Es müsste Bath sein Destroys The enemy's Max HP By 50% Of the Inflicted Damage Wurde Geändert In Destroys The enemy's Max HP By the Amount Of Damage Inflicted By the Second Attack Okay Und der Gesamte Schadenwohnung nur 8% Erhöht Ähm Würde ich So gesehen Als Nerf Sehen Äh als Wups Ich hab den Flieger Als Buff Sehen Erst Natürlich Wegen dem Damage Increase Von 8% Ähm Und weil es Overall 50% Sind Von den Gesamten Hits Und ich meine Die Fähigkeit Ist ein Double Hit Eternal Score Ist glaube ich Ein Double Hit Das heißt 50% Von einem Double Hit Ist eigentlich 100% Von einem Hit So gesehen In Anführungsstrichen Das heißt Das wurde Eigentlich Unverändert Dadurch Dass es nur Auf der Letzten Fähigkeit Mit 100% Den Schaden Macht Plus Es ist um 8% Erhöht Also ich finde Es ist auf jeden Fall Ein Buff Auch wenn es Nur klein ist Dann gehen wir Weiter Monkey King Water Und Light Was haben wir denn hier Vorher war es All or Nothing Ich glaube es war Der Die Der AOE Beim Beim Water Monkey King Unter anderem Auch Also Also Greift alle Enemies An Macht Attack Reduce Um 30% Absorbt Die Attack Ball Bei 30% Wenn Die Enemies Irgendeinen Harmvoll Effekt Haben Und Jetzt Ist es So Greift Alle An Und Stunt Sie Mit 75% Chance Okay Das ist Nicht schlecht Plus Die Attack Ball wird um 25% Erhöht Äh Wenn Ein Monster Damit Stunt Das ist Nicht schlecht Da muss ich sagen Das ist echt nice Also der Wasser Monkey hat Erst vor Ich weiß gar nicht 4-5 Monaten Oder so Den Buff Bekommen Jetzt nochmal Hm Das ist Das ist relativ gut Muss ich gestehen Das finde ich Relativ gut Vor allem Weil ich Trotz dem Buff Immer noch Den Water Monkey King Als Nicht so Harmäßig Gutes Monster Empfunden habe Es wollen mich Zwar sehr viele Leute Davon überzeugen Dass der wirklich gut ist Ähm Ich finde aber Es gibt bessere Monster Vor allem auch Bessere 4-Star Monster Aber jetzt Mit diesem Buff Ist der auf jeden Fall Ziemlich nice Gott Es geht ja immer noch weiter Holy Moly Das Video dauert 30 Minuten Oder so Was haben wir hier Der Beast Bank Fire Awakening Bonus Wow Das heißt Ein Ein AOE Strip Oder ist es die erste Fähigkeit Crushing Blow Was ist das Ne Crushing Blow Ist die erste Fähigkeit Heißt nur Single Target Heißt nur Single Target Genau Trick Trick of Fire Ist der AOE Okay ich dachte schon Das wäre ein bisschen krass Das heißt Wir haben den Single Target Strip mit 100% Es sei denn Es resisted Hm Okay Statt Dots Finde ich auf jeden Fall gut Muss ich gestehen Weil ich finde jetzt Kiuma Ist jetzt abgesehen Nur davon Dass er Fire Element ist Und Tanky ist Hat er nicht so viel Finde ich Im Vergleich zu anderen Monstern Deswegen Ne Quatsch Ne Quatsch Das An enemy Exkluing the Boss Before inflicted Damage Okay Was bedeutet das Genau Was bedeutet das Amageddon Müsste die letzte Fähigkeit Sein Müsste eigentlich gewesen sein Müsste eigentlich gewesen sein Wie mit dem Restribute Und dann kommt erst der Schaden rein Oder Ist das damit gemeint Also so ähnlich wie Wie So ne Ja das kann man eigentlich nicht vergleichen mit anderen Monstern Aber Ist das so gemeint Wenn ich ehrlich bin Ich bin nicht ganz sicher Ob es ne Nerf ist Oder ob es kein Nerf ist Weil ich denke Wenn man Light Dragon In der Kombi gespielt hat Hat man das so gemacht Dass Tjada Defense Break Und dann kommt der Fette Damage rein Und ist eh alles One Shot Weil der Schaden Voll krass ist Von daher Ich weiß nicht Ob die damit gegensteuern wollten Dass man zum Beispiel nicht Erst mit Armageddon Reinklatscht Und dann noch mit dem Zweiten Monster Finisht Oder andersrum Das heißt Erst kommt ein Monster dran Macht die schon ein bisschen low Dann kommt der Dragon dran Und killt alles Was dem dann Nicht mehr gehen würde Weil die HP dann Wenn der Light Dragon Drankommt Wieder gebalanced wird Ähm Müsste mal gucken Wie das genau aussieht Ehrlich gesagt Was die mit der Verteilung Von der HP Genau meinen Ja Ähm Ob das sowas ist Wie zum Beispiel Bryant oder so Dass dann der Dass dann das gesamte Team Auf denselben HP Wert Gebalanced wird Von dem kompletten HP Amount Weiß ich nicht Bzw. prozentual Ist es ja da Müsste mal mal gucken Wie genau sich das verhält Ähm Dann Was haben wir noch Phoenix Wind Tescher Bekommt Irgendwie ist die Attackbar What Wow Also Tescher war ja Vorher schon echt geil Mit einer der besten Waveclear Monster Im gesamten Game Und dann bekommt er noch Attackbar dazu Für jeden Gegner Was zum Teufel Wow Also Tescher ist jetzt schon Echt hammergeil Und bekommt diesen Fetten Buff Holy Moly Okay Für mich echt Fragwürdig Wieso Aber Alles klar Weiß nicht Wieso Die den so hart Buffen Aber Gut Nochmal ein Grund Warum ich Ähm Warum ich den Tescher Haben mag Für mein Giants Team Oder auch als Farmer Das ist Das ist Lucian 2.0 Dann Holy Moly Verstehe ich nicht Ganz ehrlich Aber okay Das ist bisschen heftig Was haben wir Oh Pioneer Fire Mein Chivo Bekommt er den Kleinen Buff Please Wo haben wir Chivo Wo ist Chivo So habe ich irgendwie Scrolled Hier Ähm You recover You recover 5% For every enemy Beneficial effect Removed Decreases Each enemy's Attackbar 15% Per Oh Ich glaube Das hier Ist der Grund Dass ich jetzt Aus meiner Arena Defense Triana Raustue Und wieder Ein Stripper Wie Chivo Spiele Das finde ich Ziemlich nice Ich finde schon Dass Chivo Als Stripper Relativ Schlecht In Anführungsstrichen Zu anderen Strippern Ist Wie zum Beispiel Praha Oder sowas Oder Triton Ähm Deswegen Finde ich Das sehr nice Dass der Der hier Ähm Den Attackbar Reduce Mit reinbekommt Pro Auch noch Beneficial effect Der removed Ist Das finde ich Ziemlich geil Was Weil das ist dann So Vielleicht sogar So ein Mini Triton Weil der Beneficial effect Ähm Remove Trifft auch Nicht immer Von daher Das kann auch Geschittet werden Das heißt Die Reihenfolge Könnt euch Ainander bringen Das heißt So ein Mini Triton Ist das So ein bisschen Das finde ich Ziemlich nice Das finde ich Echt gut Dass die ja Was gemacht haben Ehrlich gesagt Nicht weil ich Ich ihn jetzt habe Sondern weil Ich schon Chivo Als Stripper Relativ underrated Fand Im Vergleich Zu anderen Strippern Das ist ziemlich cool Was haben wir hier Polarqueen Water Ähm Freezes For one To With a 15% Und noch nie Strike Okay Auch Polarqueen Bekommt einen Buff Auch wenn die Auch schon Einer der besten Farmer im gesamten Game Aber jetzt kriegst du Noch einen Freeze on top Dazu Okay Pirate Captain Fire Detonation Shot Instantly gains Another turn If you set Of the bomb Das ist auch Ziemlich nice Den Pirate Captain Konnte man Oder kann man Spielen Wenn man zum Beispiel Nicht unbedingt Eine Sierra hat Um Bomben Sofort zu Triggern Und ähnliches War jetzt Im Vergleich Natürlich zu Sierra Und so weiter Natürlich Nicht zu vergleichen Aber bekommt jetzt So gesehen Nochmal Ein extra Turn dazu Finde ich Macht ihn auf jeden Fall Besser Mermaid Fire Burning Heart Das müsste Die letzte Fähigkeit sein Oder mit diesem 800% Multiplier Bin ich ganz sicher Ich glaube Deswegen If your HP Is at 50% Or lower Stunts The enemy For one turn Oder auf zwei Züge Okay Ist das die dritte Oder die zweite Fähigkeit Ich bin nicht sicher Ich glaube die dritte Es müsste diese 800% Multiplier Damage Fähigkeit sein Von der Fire Mermaid Bekommt Bekommt also jetzt Ähm Einen erhöhten Stun Okay Finde ich gut Ähm Obwohl ich finde Die Fire Mermaid Auch wenn sie vielleicht Untypisch ist Trotzdem ist sie ein Sehr guter Fire Single Target DPS Besser Ich glaube sogar Reviver auch noch Also Ist auf jeden Fall Jetzt sehr sehr viel besser Dann haben wir Water Mermaid Was habe ich Jetzt sehe ich es nicht Wegen der Ad Ähm Song of Sirens Das müsste die letzte Fähigkeit sein Wurde zu einer Passive gemacht Vorher war es Sings an Irresistible Song Also Unresistbar Ähm That seduces all enemies And puts them Into sleep For one turn Also es war ein Unresistbarer AOE Ähm Sleep Für einen Zug Jetzt ist es eine Passive Und zwar Reduces The time of all Harmful effects Except in ability effects Granted on all allies By one turn Wow das ist krass And recovers the ally With the lowest HP Set by 10% Hmm Das ist echt nicht schlecht Es werden zwar In abilities effects Ähm Rausgenommen Das heißt stun effekte Und sleep effekte Sonst wäre es echt zu krass Ähm Aber Finde ich Eine sehr interessante Änderung Muss ich gestehen Ist vor allem Zum Beispiel Auch gut Jetzt überlege ich Gar zu Fürs 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 Labyrinth Wo man Wo man vielleicht Mal gedottet wird Wenn man keine Mutti Buffer mehr hat Dann kann man hier Auch Wenn man die ganz schnell Macht Dass die 6 Züge Bekommt Könnte man dadurch Auch die ganze Bossmechanik umgehen Weil man die Dots Immer weghaut Das ist nicht schlecht Das finde ich ganz cool Was haben wir hier Vampire Fire Und Light Noble Agreement Was ist das für eine Fähigkeit gewesen Ich glaube die zweite Oder ich bin nicht ganz sicher Attacked einmal Und jetzt zweimal Heißt es jetzt Soll es jetzt so gesehen Heißen Dass Die zweite Fähigkeit Jetzt auch Ein Double Hit ist Das heißt Dass man jetzt Werde Zum Beispiel Dass es nicht ganz optimal Ist in Anführungsstichen Wenn Werde Die zweite Fähigkeit Gemaxed Hat Ist jetzt scheißegal Weil es auch ein Double Hit ist Ist sogar besser Weil die zweite Fähigkeit Mehr Schaden macht Das heißt Das was ich eigentlich dachte Mit dem letzten Patch Wo die neue Fusion gekommen ist Dass ich die Dass ich die Leute Vielleicht einen zweiten Werde mache Und versuche Die Skillups hochzukriegen In der ersten Fähigkeit Und nicht die zweite Ist jetzt scheißegal Weil die zweite auch ein Double Hit ist Das ist ziemlich cool Muss ich sagen Das heißt Rip eure zweiten Werde Das finde ich cool Der Damage ist das gleiche Also nicht dass jetzt Der Damage verdoppelt ist Der Damage bleibt dasselbe Aber Das finde ich ehrlich gesagt Ziemlich nice Das gefällt mir Was haben wir noch Bei Water Vampire Wurde auch was geändert Vorher war es Ähm Greift mit einer Gruppe von Filtermäusen an Damage ist increased Ähm Wenn man weniger Verwundet ist Was auch immer Das genau bedeuten würde Und jetzt ist es so Ähm Greift Ähm Den Gegner fünfmal an Oh Ziemlich nice für Necro Ähm Depending on the HP Status The Damage also increased As the enemy Wow okay Hm Das finde ich nicht schlecht Ehrlich gesagt Ähm Müsste man mal ausprobieren Wie viel Schaden Das genau dann macht Ähm Und wie gesagt Für Für Necro wäre es dann Eine Option Auf jeden Fall Die erste Fähigkeit Ist ein Double Hit Die dritte Fähigkeit Ist ein Double Hit Äh ist ein Fünfer Hit Sogar im besten Fall Je nachdem Wie sich das outbalance Ähm Und ich glaube schon Dass der echt Ziemlich guten Dämpf Drücken kann Also Vielleicht sogar Ein Fire Rift Als Single Target Nuker Wenn man schon genug AOE hat Da bin ich mal sehr gespannt Der könnte in der Tat Ziemlich gut werden Lange jetzt weiter Corporate Bomb of Fire Ähm Immediately sets off the bomb If the enemy has bombs Wow Das heißt sie bringen jetzt Auch mit der Mit dem Buff von dem Fire Pirate Captain Sie bringen jetzt mehr Rein Gegen Äh Für Leute die keine Sierra haben Habe ich das Gefühl Also dass man jetzt zum Beispiel Wenn man zwei Coal Bomber spielt Dann kann man Bomben setzen Zum Beispiel mit Liebly Falls man den hat Und kann dann sofort mit dem Fire Coal Bomber Die zum Bomben Zum Explodieren bringen Hm Mir ist nicht schlecht Es bringt neue Kombinationen Irgendwie ins Game Dann haben wir Union Fire Das ist Äh Wind Das ist Delphoi Spirit Blessing Wurde erhöht von 20 auf 30% Das ist ziemlich nice Delphoi ist eine Gute Ähm Variation für Raid Zum Beispiel Ist vielleicht im Vergleich Zu anderen Cleansern Ähm In Anführungsstrichen Schlechter Weil sie nicht so viel Krass mehr ins Team bringt Sie hat nur eine Tag Speed Slow Und den Cleans Ähm Und andere Monster Wie zum Beispiel Lisa Bringen Kuna mit Duis rein Haben den Cleans Noch mit integriert Ähm Und so weiter Und so weiter Bringen auch mehr Damage ins Team Und Delphoi ist mehr so eine Wirkliche Safe Variation finde ich Zumindest für Raid Und jetzt wo es sogar 30% erhöht Ist ziemlich nice Finde ich Finde ich Ziemlich nice Ähm Finde ich Allerdings hätte nicht Seien müssen Weil ich finde Delphoi war echt schon Super von Grund auf Ähm Vielleicht wollen sie damit Das Early Game Das Mid Game Besser machen Oder nicht besser machen Sondern einfacher machen Dass Das Dann für Raid Mehr Heilung ist Oder so Kann ich mir gut vorstellen Ähm Dann haben wir Das hat Fire Ähm Bekommt den neuen Effekt Und zwar HP war für zwei Züge Okay Schlecht Ähm Dann Epic complete to Wind und Dark Das heißt Das sind glaube ich Genau die zwei Die reviven können Gell Mal gucken Extends the time Of the beneficial effect And shortens the time Of the harmful effects And recourse the HP Of all allies The recovery is proportional To the attack power Okay Und jetzt Extends the time Of the beneficial effects And shortens the time Of the harmful effects Oh Okay On all allies What And recourse the HP By 10% each The recovery amount Increased by 5% Per harmful effects Of the beneficial effect Oh Okay Hm Ich überlege gerade Ich würde Empfinden Dass es von der Heilung her Ein Nerf ist Weil ich glaube schon Dass die auf dem Attack Power Scaling Vorher viel mehr Geheilt hat Ähm Dennoch ist eine 10% Heilung Integriert drin Plus Nochmal mehr Heilung Aufgrund Von Den harmful effects Oder beneficial effects Grand or target Ich vermute mal Ich vermute mal Ähm Ähm Wenn man das zum Beispiel In einem sehr Buff lastigen Team spielt Ähm Wo dann vielleicht Den Shield da ist Den Attack Buff Den Keine Ahnung Was gibt es noch Äh Den Defense Buff Oder so Dann stackt sich das Immer hoch Und von daher Muss man Nicht mehr Attack Power Auf den Epicant Priests Basteln Weil die Jetzt nicht mehr So auf Attack Power von der Heilung Scalen Das heißt man Könnte da mehr In Defense HP Speed Stats Reinhauen Ähm Ist so gesehen Einfacher zu runeln Finde ich eigentlich Ziemlich gut Muss ich sagen Änderung Ist Ich finde Es ist jetzt Weder schlechter Noch besser Vielleicht vom Bild her Vom Bauen Ist es jetzt Einfacher Ja Aber ansonsten Von rein Was sie kann Ist es eigentlich Relativ gleich geblieben Die Fire Hat auch Den Cooldown Bekommen Von 8 auf 7 runter Das heißt Das ist Chloe's AOE Der ist von 8 Züge Auf 7 Züge Das ist ziemlich nice Das ist ziemlich nice Aber ich finde den Cooldown Von Chloe schon ziemlich lang Dann Im Champions Wurden auch Alle überarbeitet Was haben wir hier Ähm Die erste Fähigkeit Hat zu 100% Ist ein Dot Okay Ich glaube es ist die erste Fähigkeit Ähm Beim Fire Was haben wir hier Ähm Macht ein Continuous Damage Für 3 Züge Wenn es Cooldown hat 2 Züge Wipe out Inflicts continuous Damage For one turn If the skill Didn't ignore Die Enemies Defense Also so gesehen als Oh du warst zu Anlag Du hast den Defense Noch nicht gemacht Naja Bekommst du ein Dot dazu Ähm Ist nicht schlecht Vor allem für Dragons Zum Beispiel auch Wo der gespielt wird Ähm So als Als Backup Ding Sag ich mal Ähm Was haben wir hier bei Wind noch Bekommt eine Passive Das ist ziemlich nice 100% Dann Ähm Es sei dem Es resisten Es kann auch resisten Auch wenn es 100% ist Aber das ist ganz nett Bei Light wurde was geändert Mal gucken Attack the enemy recovers Ähm By the amount of Fick the damage Ähm Get another turn immediately If your HP is full After the attack Jetzt Attack the enemy Increases As she is approaching To the damage Get another turn immediately Forget a crit Hm Das empfinde ich auch als Buff Ehrlich gesagt Ähm Weil Shining Spear Macht auch Relativ gut damage Wenn ich mich erinnere Ähm Und bekommt dann gleich Nochmal Einen Turn dazu Das ist Vor allem für PvP Interessant Muss ich gestehen Das ist vor allem Für PvP Interessant Was haben wir noch Den Dark Ähm Hat auch die 100% Chance auf einen Continuous Damage Wenn ein Crit kommt Okay Dann Das hier sind nur Spell Description Bla 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 Skill Levels Ähm Der Dark Warrior Bekommt beim Skill Up Statt Damage Und Cooler Bekommt Recovery Plus Plus Nee Quatsch Damage plus Wie heißt es jetzt Heißt es jetzt Dass der Damage Und Cooler Reduce In Recovery Geändert worden ist Oder Dass Damage plus Bleibt Und Cool Down In Recovery ist Ja Ich würde es jetzt so deuten Dass sowohl der Damage Als auch Cool Down In Complete Recovery Geht Ähm Müssten wir mal gucken Bei Mermaid Water Mit dieser Passive Cool Down Wurde in Recovery Gemacht Ja das ist klar Weil eine Passive hat Also diese Passive Die Dista hat Hat nicht unbedingt Nen Cooler Weil es immer auftritt Zumindest in dem Fall Deswegen okay Es gibt ja mehr Heilung Ha Also Längstes Video Was Balancing Patch angeht Fast 40 Minuten Ich finde aber Es gab sehr viele Sachen Darüber zu erzählen Es sind sehr viele Neue Sachen dabei Vor allem Ähm Finde ich Dass Comptors In die richtige Richtung geht Und an den An den richtigen Sachen auch arbeitet Die einfach Wirklich Zu krass sind Ja Also hier Light Jazon Ragdoll Water Panda Vor allem Ja Also das war echt Übertrieben Der Fairy King Nerf Weiß ich nicht genau Also mit dem Strip Das empfinde ich Schon als sehr krassen Nerf Ähm Ansonsten Deptness ist jetzt Besser geworden Der Monkey King Ist sehr stark geworden Finde ich Ähm Tasha ist amazing Ähm Ja Das waren so die Die Hauptdinger Sag ich mal Triton Und Und Poseidon Und so weiter Haben Silence erhöht Und so weiter Und Kuma Ist auch besser Mit dem Mit dem Strip Statt Äh Mit dem Silence Statt dem HP Recury Empfinde ich Zumindest so Also sehr sehr Viele Neue Sachen Die Eingeführt werden Beim nächsten Balancing Patch Von daher Damit das Video Nicht noch länger dauert Bedanke ich mich an der Stelle Fürs zugucken Für dieses Längere Patch Balancing Video Wo ich euch Alles gesagt habe Was neu kommt Was meine Meinung dazu ist Wo es Einfluss Darauf haben könnte Und so weiter Ich bedanke mich Für zugucken Und wir sehen uns Beim nächsten YouTube Video Oder im nächsten Stream Macht das gut Bis zum nächsten Mal Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss